Das Galaxy Note 8. Riesiges Display, versenkbarer Stift und jetzt auch mit Dual-Kamera. Ist es das beste Galaxy aller Zeiten? Der Labortest von Computerbild geht dieser Frage auf den Grund. Wer auf äußere Werte achtet, wird keine großen Unterschiede zwischen dem Galaxy S8 Plus und dem neuen Note 8 feststellen. Die nach außen gewölbte Rückseite besteht aus kratzfestem Glas, allerdings ist das Note kantiger und wirkt so etwas erwachsener. Das Display ist mit 6,3 Zoll sehr groß und der dünne Rahmen führt zu einem ungewohnten Bildformat von 18,5 zu 9. Die Auflösung ist top, es geht kaum schärfer. 522 ppi Bildpunktdichte bei 2960 x 1440 Pixeln. Mit über 860 Candela ist es erstaunlich hell. Ein Wert, der sogar besser ist als beim S8. Dazu kommt gute Farbtreue und ein bombastisch hoher Kontrast. Damit hebt Samsung die Messlatte in Sachen Bildqualität auf ein neues Allzeithoch. Nie war ein Display schöner und besser. Bei der Stromversorgung musste sich Samsung nach dem Debakel mit explodierenden Akkus im Note 7 etwas einfallen lassen. Um kein Risiko einzugehen, ist der Akku im Note 8 etwas kleiner geworden und sicherer verpackt. Überraschung im Test, Samsung hat es geschafft, den Stromverbrauch im Zaum zu halten. Im typischen Nutzungsmix hält das Note 8 1,5 Stunden länger durch als das Galaxy S8 P+. Kommt mit gut 12 Stunden aber nicht an den Bestwert des Huawei Mate 9 heran. Aufgefallen ist, dass sich das Gehäuse bei intensiver Nutzung spürbar erwärmt. Der Strombedarf variiert je nach Anwendung sehr stark. Wichtigster Vorteil gegenüber dem Galaxy S8 Plus sind zwei Extras. Zum einen der Bildschirmstift, mit dem sich zum Beispiel handschriftliche Notizen machen lassen. Zum anderen kommt das Note 8 mit einer Dual-Kamera, ein Novum in der Samsung-Welt. Wie beim iPhone 7 Plus gesellt sich zur normalen 12-Megapixel-Kamera eine zweite mit doppelter Brennweite. Mit diesem Teleobjektiv lassen sich Motive doppelt so nah heranholen, ohne Verlust in der Bildqualität. Außerdem ermöglicht die höhere Brennweite Spielereien mit der Tiefenschärfe. Im Labortest ist allerdings Qualität entscheidend und da punktet das Note 8 bei Tageslicht wie erwartet. Überraschend gut sind Aufnahmen von Sportszenen und bei schlechten Lichtverhältnissen. In der für Smartphones schwierigsten Disziplin überholt das Note 8 im Test sogar das iPhone 7 Plus und das HTC U11 und setzt sich einsam an die Spitze. Beim Netzempfang schlägt sich das Note 8 ähnlich gut wie das S8. Auch der Klang beim Telefonieren ist ordentlich. Klasse für Nutzer mit mehreren Handy-Tarifen? Von Anfang an gibt's das Note 8 als Dual-SIM-Version, allerdings nur im Samsung Online-Shop. Statt einer Speicherkarte kann also eine zweite SIM-Karte eingelegt werden. Ja, was ist insgesamt jetzt vom Note 8 zu halten? Mit überragender Ausstattung, wirklich irrem Display und vor allem im Test einer überraschend guten Kamera bei wenig Licht schiebt sich das Note 8 in der besten Liste ganz nach vorn vorbei, sogar am iPhone 7 Plus. Respekt! Eine Einschränkung gibt's aber doch. Das Ding ist verdammt groß und wer auf handliche Smartphones steht, der sucht sich besser ein anderes Modell. Zum Beispiel das Galaxy S8, das in vielen Punkten sehr ähnlich ist, aber eben deutlich besser in die Tasche passt.